Jo Leute, was geht ab? herzlich willkommen zum nächsten video gates of hardest neuer slot ist glaube ich genauso wie gates of olympus ja ja so sehr großartige sagen gates of olympus mal so mal so ja wir werden reingehen wir fangen auf entspannten 80 cent an ich habe ein gutes gefühl so ich sage es jetzt ich habe ein gutes gefühl neue gates dort natürlich 15 ich glaube 1 zu 1 wie gates of olympus wollte ich im letzten stream spielen gab es aber leider noch nicht jetzt wird es nach gut mit bonus bei und 1 zu 1 wie gates of gaia mal gucken obwohl gates of olympus war diesen monat wirklich schon sehr nett zu mir im live team hier und da mal gutes gute freispiele gegönnt mal gucken wie hier wie sein bruder alles grob ist weiter multis heb noch mal deine hand junge müll 80 euro haben nie gekostet und das jetzt er täuscht täuscht genauso an täuscht genauso an so das wird direkt mal direkt mal ein schöner start in den slot direkt mal schön minus jawohl noch mal drei ja ja multi bei 32 cent wichtig wichtig letztes bin ganz großer müll ganz großer möchte ich gerne zu ich gehe ein so bis risiko ein bisschen risiko komm mal dass er kann das kannst du besser kannst du besser ich habe deine hand die multis müssen da oben ja noch mal multi noch mal hand geben kommt schon kollege er hat genau das gleiche problem wie wie sein bruder da ist oftmals der arm zu schwer da ist auch der arm zu schwer ok vierer multi noch mal oben drauf das sehe ich hier mal in der ist dort die 500er da multibombe mal schauen bei gelso volympus nie gesehen heb du deine hand jetzt jawohl nochmal zweier multi wie ganz klein multis werden hier eingesammelt kelch ok multi ist immer noch multi heb du deine hand kollege jawohl noch mal zweier multi amina nochmal zweier multi amina ich bin doch deine hand ja ok 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 immerhin 14er multi 113 euro wir sind auf jeden Fall im blut wir haben auch noch 7 spins 14er multi kann was werden aber wir wissen ob nach einem guten hit meistens macht er dann komplett zu auf jeden Fall multis multi 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 heb deine hand viel platz viel platz kein multi müll ja es ist 1 zu 1 wie gelso volympus kann nicht sein multi multi yes ok ich hab nichts gesagt du bist besser du bist mein freund du bist mein freund guter start ok weiter 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 multi ja kleiner gewinn aber ja kommt leider nichts mehr oh 1 man 1 bin noch komm schon da ist noch einen guten äh kleinen kelch 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 schade zwei kelch und wir hätten nochmal einen ganz guten hit bekommen aber 336 euro wir sind im plus ja ich sag's immer wieder nach einem guten bonus bei kommt meistens nichts mehr was mach ich jetzt was mach ich jetzt ich geh nochmal auf 80 cent ich mach einen schritt jetzt nach hinten was einsatz angeht ok ja so eigentlich wirklich dumm eigentlich wirklich so dumm wieder aber man macht's halt man macht's halt heißt und ja waren 300 x war über 300 x war schon guter gewinn aber das war jetzt auch nicht so ein mega krasser gewinn wo der jetzt zu machen muss wisst ihr was ich meine da kann ich nochmal so nochmal so ein bonus bei wie eben raus wäre nur fair für mich hey multi ja 4er multi ja 4er multi 7er multi 7 spiele noch ja wird schwer ja 8er multi nochmal oben drauf und connected leider nichts weiter aber multi ist jetzt gut 15er multi jetzt einfach eine gute connection mit multi bitte müll blau und kelch blau und kelch ja jetzt multi in multi multi hebt deine hand immer nur hand jawohl hand hebt oh 12er multi nimmt er sogar mit hallo oh der big win muss laden der big win muss laden was ist denn jetzt 12er multi schon hebt schon äh slot aufgehangen kann nicht sein ey durchschung geht weiter es geht weiter es geht weiter komplette eskalation was bei es dort bei das dort ja abgeht seit der seitdem die 12er bombe kommt was dann schon ja doch wir waren ja mach weiter mach weiter der max will musste glaube ich laden wo waren die kronen oder die ringe 30er multi junge es geht hier ab bumm und dann 34 30er multi jetzt verlängerung fünf spiele wichtig fünf spiele nochmal on top komm schon irgendwas komm 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 so viel potenzial so viel potenzial ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ja genau kleine gewinn noch mal orange irgendwie nein ein orange symbol hat gefehlt schade 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 wieder zu viel potenzial in der 35er multi ja brutal aber wir machen die kommen auf einem euro kommt noch mal auf einem euro jawohl ja jetzt macht er wieder kann sagen es machte wieder dem ruf nichts einsammeln aber neuner multi direkt direkt am dritten spin okay die multis heute wirklich gut nochmal 10er bombe nice 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 19 euro zack 19er multi wir haben noch zehn spiele kollege und noch mal vier war ey was wurde dies angeht muss ich wirklich sagen erster eindruck geld auf haldes bisschen besser als geld auf olympus ich hab nichts gesagt seitdem macht er nichts mehr wieder grün grün nieder ja grün zwei haben gefehlt 27er multi schon wieder ey was geht hier ab jetzt einfach die chrome mit multi connecten ja okay wo ein kitzchen kitzchen jawohl der ist gut jawohl der ist gut 65 diese wieder hin und was geht hier ab ja äh neuner ist dort sie gönnen in den ersten tagen immer na komm schon jetzt hat aber krasse letztens rausgezaubert aber 40 euro wieder im plus ich kann mich nicht beschweren ich kann mich nicht beschweren wir machen jetzt nur ein hoch auf 1 euro 20 und dann entscheide ich wenn wir minus machen würde ich sagen hey was ist denn los hier hättest du bloß besser nicht gekauft es hängt er sich schon wieder auf überlastet einfach überlastet jetzt geht es wieder was ist da heute los was ist da heute bitte los weil das welcher zeichnet ich es doch nicht dass ich doch nicht noch einen weiteren bonus beim machen soll es nicht weiß nicht bis zu spät wir sind auf jeden fall drin das hier wird definitiv der letzte bonus bei sein wir gehen auf jeden fall mit plus raus das steht jetzt schon fest ich hoffe der letzte bonus bei hier bei geht so far das wird auch noch mal schmackhaft kommt multi multi hebt deine hand so viel platz multi muss kommen und hilf deine hand hat einfach nicht mehr die hand er hat keinen bock mehr ich weiß nicht was der geladen hat aber big wins und die multis waren es definitiv nicht bis jetzt okay jetzt schon dann wohl die kommen schon jawohl beides macht er lila 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 ja wohl die muss jetzt weil komm schon multi deine multi bis jetzt erst erst vierer multi ihrer multi nur sieben spiele den bonus bei jetzt besparen sollen den menschen sparen sollen rot oder musste nur die rot oder multi komm leider nicht Müll, 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 naja, hiermit verabschiede ich mich, weiß nicht warum das heute so gehangen hat, bedanke mich für jeden, der dabei gewesen ist, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, tschau, tschau.